Eine bei uns super gelöste Situation ist zum Beispiel das Nachhause-Kommen. Das Nachhause-Kommen wird erkannt über die Geolokation von unseren Handys und über den Nuki Opener, der quasi unten die Haustüre schon mal in den Ring-to-Open-Modus versetzt. Wir kommen aber auch häufig nach Hause, laden einmal kurz aus, dann wird natürlich Ring-to-Open einmal aktiviert und Nuki entscheidet, nach dem ersten Klingeln schalten wir Ring-to-Open natürlich auch wieder ab. Dann stellen wir aber das Auto in die Garage. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, die Garage befindet sich auf einem Garagenhof. Dann war das Auto geparkt und man stand wieder vor verschlossener Türe und musste wieder nach dem Schlüsselkram. Seit wir aber jetzt seit vier Jahren unser Auto haben, sprich unser neues Auto, was ein Plug-in-Hybrid ist, wird dieser häufig geladen. Das heißt, wir kommen nach Hause, wieder eine Mustererkennung, wir laden das Auto abends oder nach Zurückkehr und das wird an der Garage eingeschlossen und in dem Zuge erkenne ich über die Easy-Wallbox wieder, dass es angeschlossen wurde, es lädt, die Garage wird geschlossen und Ring-to-Open wird aktiviert, damit ich wieder mich hineinklingeln kann. Das Ganze macht natürlich die Integration mehrerer Systeme in Home Assistant bei mir möglich. Die Easy-Wallbox ist integriert, der Garagentüröffner ist integriert, die Nuki-Systeme sind integriert, unsere Handys sowieso. Also das schafft gewisse Datenannahmen, es schafft Datenmuster und wir können quasi darauf reagieren und uns...